Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoreLP100, der mit der Zahl hinten dran. Ich heiße euch herzlich willkommen zu Suicoden 2. Wer sich ans Ende des letzten Parts erinnert, weiß, bzw. wer den letzten Part gesehen hat. Und das Ende sollte relativ spannungserfüllt sein, was denn hier jetzt so passiert. Denn wir sind in einem Schrein und mit Joey allein irgendwie wohin, in so eine Zwischendings, ich weiß es nicht. Und wir gehen jetzt einen düsteren Gang entlang, ohne Musik. Ich bin gespannt, was passiert. Die Spannung steigt zu der Messie. Power? Am I looking for Power? Wie wollen wir das Training abbrechen? Ah, das ist bestimmt Joey. Wer bist du? Ich bin Joey. Ah. Seit dem ersten Tag, ich dich gesehen habe. Hey, Adoptic Kid. Hey, Coward Son. Your Daddy's Dojo's are dumb. Scheiß Kindermobber. Don't come here, Alex. Be my kid, you coward's disease. Oh, Joey ist als, oh, feiglich abgestippelt worden. Stop it. If you're gonna make fun of Alex, you can take me on. Oh, er mag uns. Oh, wir haben, oh. Wir hatten eine starke Freundschaft, aber wir waren nicht stark. Now you won't talk so big. Adopted Coward Son and Little Rich Kid. Hässliche Gangs. Oh, jetzt hab ich gedacht, die kommt an, da hat eine Fackel in der Hand. Hey, where are you little creeps? Nanami hat's in die Hand genommen. Are you okay, Alex? I somehow knew that we would be friends. Was war das denn? Auch mit Anlauf hat's nicht geklappt. Räuberleiter. Yay. Och, das ist ja niedlich. Hurry up, my hands are getting tired. Just, just a little more. Can you see her? Isn't she cute? Aha, sie will beobachten als ein Mädchen. Huh? Huh? Hurry up. Just another... Wer ist das? Wer, wer bist du? Ah, die haben eine richtige Freundschaft, liebe Freunde. Okay, good. Remember, it's a secret. Okay. Tell me the secret! What are you doing? Come on, tell me! Well, you see... Hey, you're not allowed to tell. What, what? Come on, it's okay! War sehr herrisch, schon immer, die Nanami. No, it's a secret between boys. It felt like those days would last forever. From the day, you're all members of the Royal Highland Army's Unicorn Brigade. Hold up your heads with pride. Nanami? What are we doing, this Mädchen? Huh? We walked along the same paths because... We're going together on the same path because... We're going together on the same path because... Huh? Kuchim! If we make it, but somehow get separated, let's return to this spot. There we will be reunited. Promise me, Alex. Forget it! We'll make it together! Fine, then. This mark is my prayer that we make it together. Oh, wäre das jetzt anders verlaufen, wenn wir... ...am Anfang uns anders entschieden hätten? Das ist ja mal interessant. Komm schon. We choose... ...life and death together. Alex, if you're here, answer me. Alex! I'm here, Joey! I believed in you. Always. Alex, I want to reveal... ...ever come back here again. We'll be back someday. Because we shared so much. Ich hab ne ganz üble Vermutung, liebe Freunde. Ne ganz üble Vermutung. Aber die wär emotional groß... Oh, wir sind wieder hier. Emotional großartig. Huh? What was that? A hallucination? Alex, did you see it too? What was it? Ach, da ist ja wieder. Ich komm schon biotsch! Ach, da ist ja wieder. Leknaht. Young followers of destiny. We've looked into your hearts. And witnessed your... Character. You're the one from before. Who are you? I am the inheritor of the gate room. The keeper of the gates between worlds. She watches the great scales of fate. Oh. Wie so ist die Beschützerin der Gate-Rune? Die die Welten miteinander verbindet. Here begins the gathering of the stars of destiny. Fate quivers. The future cannot be seen. Sie kann die Zukunft nicht sehen, weil das Schicksal ein bisschen waddert. One of the 27 true runes. Has recognized you. O followers of destiny. The path is now open for you. Recognize us is... Is that what that vision was? Yes. The rune recognized you. The rune of beginning which lies sleeping beyond here. Is needed to complete your destiny. Dann buddeln wir die Ausnahme geworden. Stand before the runes and hold up your right hands. You will be granted power to alter fate. Think and then decide. Power will not grant you peace. The storms of fate cause misery for many. And few will be able to calm them once they start. Okay, sie sagt, wir haben zwar die Wahl nach Power, also nach Macht. Aber die bringt natürlich nicht immer nur Positives. Da hat sie schon recht. If you do not desire power, return now to the world outside. Power. Rune. The power of the 27 true runes. What will you do, Alex? Since we need power, I don't need power. Na, wir brauchen ja schon Power, ne? Oh, das ist in der Tat eine schwere Entscheidung, Freunde. Na klar, wir brauchen ja schon Power, aber... Was passiert? Since we need power, ich nehme sie. Wir müssen halt das Beste daraus machen. Alex. Let's take a look. I just want to see what kind of power it is. I'm thinking the cave to the right. You go to the left. Okay. Ist schon wieder keine Musik. Das ist kein Bug diesmal, glaube ich. Ich glaube, hier drin ist einfach Stille. Wenn nicht, müssen wir damit leben. Oh, was ist das? This is it. Oh, den seins ist rot-schwarz. Ich glaube, da habe ich doch so eine symbolische Vermutung. Alex, kannst du mich hören? Are you ready? Wait a minute. Raise your right hand. I... There are people I want to protect. And so I need power. Okay, er will die Power, weil er Menschen beschützen will. Ein warmes Licht scheint auf uns. No, I have power. The power of the rune. No, I have a chance. Okay, let's go back. Das ist ja sehr, sehr verwirrend. Was wird hier passieren? You have been granted the power. Alex, you have the bright shield rune. Joey, you have the black sword rune. Oh, black sword. Oh. They are the two aspects of the rune of beginning. Go now. Go and write your own fates. What happened in the air? Oh. What happened? A dream. I... I don't think it was a dream. Alex, show me your right hand. Flutsch. So it wasn't a dream after all. Oh, yeah, I'm okay. Pelika sagt nix. We are okay, Pelika. Right, Alex? Let's go. We don't know when the Highland Army will come here. And we have to go on. Gut. Ähm. Wir haben die Power. Der Rune. Kann man das schon sehen? Bright shield. One of 27 true runes. Du kacke, jetzt müssen wir runes sammeln oder was? Hallelüchen. Toto Village. Okay, wir müssen anscheinend jetzt mal nach Muse. Das machen wir einfach mal. Schaden kann's nicht. Oh. Spinnen! Ob wir so eine Rune gleich mal zaubern? Nee, ich glaub, wir machen Auto-Attack. Das wird reichen für die. Die hinteren Greifen gar nicht anhört, oder was? Ach, verdammt, die können ja gar nicht angreifen, weil die Short-Range sind in der hinteren Reihe stehen. Ich bin ja auch ein Trottel. Da müssen wir dringend was an der Formation tun, dann. Oh. Wer einfach nochmal zuschlägt, die Sau. Herz ergreifend. Ja gut, das ist natürlich schön, dass wir das gleich mal merken. Da muss ich ständig auf meine Formation achten, dann quasi. Gut zu wissen. Das darf nicht nochmal passieren. Alles klar. Dann ändern wir gleich mal die Formation. Formation. Zack. Zack. Das ist jetzt auch nur Short und Mittel. Das trifft sich ja überhaupt nicht gut. Okay, wir gehen hier rein. Vielleicht ist ja jetzt schon jemand in diesem Haus hier angekommen, oder? Ach nee, das war ja nur so ein Gasthaus. Aber vielleicht steht ja jetzt jemand, der uns trissiert. Hallo. White Deer Inn. Ich frage mich, wann dieser Mann zurückkommt. Welcher Mann? Okay, komm nicht rein. Irgendein Mann. Hm, egal. So, Muse. Du hast uns wieder. Oh, Stadt des Grauens, die für technische Probleme sorgt. Muse City. Oh, zu. Huh? Where do you think you're going? We're friends of Victor, the mercenary leader. We told him we'd meet up with him here. Let us in. Sorry, but no one comes in without an entry permit. We have to watch out for Highland Spies. Hey, are you calling us Spies? Come on, let's not lose our tempers. Leave it to Nanami. Okay, Nanami will es machen. Oh. Listen, we have to meet an old grum named Victor. Come on, just let us in, okay? Don't be ridiculous. Now, pass off, little puck nose. What? Why did you just call me? I called you a puck nose, shrimp. Now, pass off. It's like the next one, super. Shrimp? Say that again and you'll be sorry. Shut up, you frog-faced, whiny little tomboy. Der gibt's ihr dreckig, halleluja. Frog-faced, whiny, tomboy. I'll rip your lips off your history. Wait, 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 wait. Nanami, stop. Let me go. I'll kill him. Come on, stay out of my way. It won't help you yell at the guard and it's not as if we're a party of Victor's army. The guard is no reason to believe us. But we can't just give up. We've got to find another way. We've got to find another way. That's very nice. Kinder, the part is a bit over. And I have to say, I would like to save. Because it's already too late. I think we'll use this town to save. Hello, Coronet Town. Hier war der Inn. Ich weiß jetzt aber natürlich die Monstergruppe des Monsters. Yes, yes, please, welcome. Und wir stayen mal. Save dabei. Und dann würde ich doch sagen, liebe Freunde, wir enden bei dem Part an der Stelle. Aber es war doch noch ein schöner Part. Hier ist ordentlich was passiert, storymäßig. Das freut mich persönlich sehr. Ich hoffe auch, dass ihr weiterhin zuschaut. Weil jetzt beginnt es drastisch interessanter zu werden. Und das wollen wir doch alle haben, oder? Ich heiße Corelp100. Der mit der Zahlen dran. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Ich sage tschüss und bis dann. Ich sage tschüss und bis dann.